wir hatten spaß in wien hatten uns ein paar fahrräder gemietet um uns die innenstadt anzug sehen die fahrradwege sind fantastisch ausgebaut wir hatten glück mit dem wetter es war ende oktober und die sonne scheint fantastisch quasi lust habt schaut euch das video mal an mit dem fahrer durch wien und in diesem video geht es um den rückflug von wien nach zürich gleich nach dem trailer willkommen an bord wir sind heute unterwegs wieder mal mit der austrian in einem airbus a320 wie ihr seht der pushback läuft bereits wir starten von gate f04 von wien schwächert wir hatten vorher noch gelegenheit uns ein bisschen in der lounge aufzuhalten eine der hübschere lounges in europa wie ich finde auch dazu gibt es ein video falls ihr lust habt schaut euch das mal an und wir haben uns diesmal mit einem uber zum flughafen bringen lassen die haben einen premium service wo eine limousine vorbeikommt und das ganze ist immer noch etwas billiger als das standard taxi ist vielleicht mal ein tipp für euren nächsten aufenthalt wo w vr wo ww wo w wo w wo w wo w wo w Hier kommt die Fluginformation. Wir fliegen von Wien nach Zürich am Nordrand der Alpen entlang. Was besonders schön ist, die Sonne kommt aus dem Süden und wir haben einen herrlichen Blick auf die Alpen, da wir auf der linken Seite im Flugzeug sitzen. Hier kommt der Boarding Pass für diesen Flug und danach geht es dann weiter mit dem Taxi zur Runway. Das Schöne im Flughafen Wien sind die kurzen Rollen. Wir sind jetzt schon auf dem Weg zur Runway 1.6. Runway 1.6 bedeutet, wir starten Richtung Süden, müssen dann eine Rechtskurve machen. Wir wollen ja nach Zürich, das heißt wir fliegen einen ziemlich glatten Westkurs. Auf der linken Seite haben wir den herrlichen Blick auf die Alpen, auf der rechten Seite den Blick ins Alpenvorland. Wir sind dann ziemlich schnell in Bayern. Wie ihr im Video sehen werdet, haben wir ganz hübsche Alpenseen, die wir uns anschauen können. Und der Landeanflug in Zürich ist dann ein eigenes Video. Ich mag die Justeee-Vorteil und dann ein Ek Gesellschaft. Jetzt kommt der Standgeist. Ich collected右니다. Ich mache hier экs 一 algueren Video. Ich mache das quelqu'un, wenn ich meine Über работу bei, wenn ich eine Würfe anارate, und mich auch gleich genau, was darf ich mal Sinn machen. Ich mache jetzt darüber, einer glaube, dass du mein Weg mit Video wür Assembly auf dir spielst. Hier ist es eigentlich Mostly probe Cruiser. Und ich frage mich mit zu Ihnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020